Auch wenn sich Cashewkerne üblicherweise gemeinsam mit Erdnüssen und Mandeln in einer Studentenfuttertüte tummeln, solltest du wissen, Cashewkerne gehören botanisch gesehen nicht zu den Nüssen. Sie sind die Kerne der Cashewbaumfrucht. Der Cashewbaum bildet verdickte Fruchtstiele, die als Cashewäpfel bezeichnet werden und Scheinfrüchte sind. An deren unterem Ende wachsen wiederum die Cashewnüsse, in deren hölzerner Schale sich das Objekt unserer Begierde befindet, der etwa 2-3 cm große Cashewkern. In diesem Video nennen wir dir 5 Vorteile, täglich Cashewkerne zu essen. Doch bevor wir damit beginnen, würden wir uns noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Und schreib uns in den Kommentaren auch, über welche Frucht wir noch ein Video machen sollen. Denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Nummer 1. Sie sind reich an Nährstoffen. Mit 575 Kalorien pro 100 Gramm ist der Kaloriengehalt von Cashewkernen niedriger als der von anderen Nüssen. So weisen zum Beispiel Haselnüsse und Walnüsse rund 650 Gramm Kalorien auf. Zwar zählen die leckeren Kerne mit ihren 41% Fett nicht gerade zu den Diätlebensmitteln, doch auch hier haben sie im Vergleich zu anderen Nüssen, die etwa 60% Fett aufweisen, die Nase in puncto Nährwerte vorn. Nummer 2. Sie strotzen vor Vitaminen und Mineralien. Cashewkerne haben nicht nur einen gesunden Nährstoffmix, sondern sind auch reich an Vitaminen und Mineralstoffen. So decken etwa 100 Gramm der Kerne fast die Hälfte der empfohlenen Tagesdosis an Vitamin B1. Auch andere B-Vitamine wie B2, B5 und B6 sind in Hülle und Fülle enthalten. Sie helfen unter anderem dabei, die Nahrung zu verstoffwechseln und in Energie umzuwandeln sowie das Immunsystem zu stärken. Nummer 3. Sie machen glücklich. Wusstest du, dass der Verzehr von Cashewkernen genauso glücklich wie Schokolade machen kann? Der Grund? Die hochwertigen pflanzlichen Proteine enthalten die Aminosäure L-Tryptophan. Diese Aminosäure kann im Gehirn zum Glückshormon Serotonin umgewandelt werden. Und was das bewirkt, wissen wir alle. Wir bekommen gute Laune. Nummer 4. Sie helfen beim Abnehmen. Obwohl Cashewkerne reich an Fetten und Kohlenhydraten sind, musst du nicht auf die Powerkerne verzichten. Denn, wie eine Studie der Harvard School of Public Health gezeigt hat, kann der regelmäßige Konsum von etwa einer Handvoll Nüsse pro Tag dazu beitragen, Übergewicht und Diabetes Typ 2 vorzubeugen. Nummer 5. Sie regulieren Cholesterin und Blutdruck. Wissenschaftler der Loma Linda University sind sich sicher, dass Menschen, die öfter als viermal pro Woche Nüsse essen, ein um 37% geringeres Risiko für Herzleiden haben als Menschen, die selten oder gar keine Nüsse essen. Esst ihr gerne Cashewkerne? Findet ihr unsere Tipps gut oder schlecht? Welche Tipps und Tricks rund ums Essen habt ihr noch so für unsere Community? Antwortet uns in den Kommentaren, lasst uns ein Abo da und aktiviert unbedingt die goldene Glocke, damit ihr in Zukunft keines unserer zahlreichen Videos verpasst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, denn so unterstützt ihr uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Schaut am besten auch sofort bei unserem neuen Kanal Blizzbow vorbei, wo wir jede Woche eine Vielzahl an abwechslungsreichen und interessanten DIY- und Lifehack-Videos hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!